Hallo Heribert, hier ist die Toni. Hey, sag, wie geht's dir? Ich bin jetzt so eine alte Frau schon, 100 Jahre alt bin ich bald alt. Ich stehe dir vor, jetzt sitze ich gerade im Sessel, ich habe so ein schönes Wohnen hier, der Jüng ist da, ja, ja, ich bin froh, dass ich da drin bin jetzt, herrlich ist das, ja, als wohl ich so alt stehe dir mal vor. Jetzt werde ich bald 100 Jahre alt, okay, mein Gott, nein, meine Schwester, ja, wo ich so viel gearbeitet habe, ja, ich habe so eine große Auszeichnung vom Staat, okay, ja, kannst du gar nicht vorstellen, nicht, vielleicht kommst du mal nach Deutschland zu Besuch, okay, Heribert, ja, dass wir uns nochmal sehen, aha, das wäre ganz schön, ja, ja, okay. Was soll ich noch sagen?